Konnischus! Ich möchte euch heute mit Hayawasa. Hayaku heißt Schnell. Mit den Schnelltechniken. Das heißt, die zweite Technik ist immer ein Tsuki. Erste Doki Ritsuke Jodan Tsuki. Doki Ritsuke. Oh! Tsuki! Ich mach meinen Doki Ritsuke. Der Gegner macht Hikiyashi Jodan Mokuto. Und wir wissen schon aus den vorhergehenden Videos, er kommt jetzt rein mit Men. Men! Das ist seine Idee. Und ich komm dem Men zuvor. Deswegen bin ich Hayaku. Deswegen bin ich Schnell. Los! Noch einmal. Schnitt. Und die Spitze drehen. Okoyashi Tsuki! Nächster. Migi no Men Kikitsuke. Jodan Tsuki. Un Tsuki! Ich geh mal Migi no Men. Un. 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 Fünf drehen wir gleich noch mal. Ski! Keine Ausflüchte. Noch einmal. Mönnski! Nächster. Schumann geht ins Gezuhlautski. Mönnski! Ich mache Schumann geht ins Gezuhlautski. Er weicht entweder nach rechts oder nach links aus. So! Schumann. So! Wieder komme ich dem zuvor. Mein Schwer bleibt vorne. Mönnski! Er weicht seine Seite aus. Und Ski! Er ist in Range. Sonst könnt ihr ja nicht schnell. Von der Seite. Mönnski! 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 Yay! Nächster. Koten. feito하는 lång Timbruch! Mönnski! Koten! Sheet! Ich mache Koten-oki. Ich schneide sein Handgelenk. Er weicht aus und kommt von oben. Oder ich weiche aus und so, weil ich stehe ihm ja so gegenüber. Das heißt, er ist in die Richtung ausgewiesen, die ganze Seite ist offen. Da mein Schwert unten ist, ist seine logische Annahme oben. Und dem komme ich zuvor, in dem Moment, wo er mich trifft. Ski! Tai Otoshi. Tai Körper. Otoshi. Fallen lassen. Kote Kinske. Kote, Schwert bleibt wieder auf der selben Höhe, wo es ist. Körper nach vorne. Ski! Kote, Schwert. Kote, Schwert. Kote, Schwert. Vielen Dank.